Männerdusche – eine antörnende goldenen Schauerbeobachtung Der Handballspieler Marcel hat nach dem Training seinen Schlüssel verloren und Tanita hilft ihm bei der Suche. In der Herrenumkleide der Sporthalle wird sie fündig und macht gleichzeitig eine Entdeckung, die ihre Erregung rasant ansteigen lässt. Mit einem solch heißen Gäherlebnis hatte sie nicht gerechnet. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de